Moin Moin Leute Ich habe mir mal das hier gekauft Das ist eine RBG LED Strip Light Das ist eine Leiste Wo mir so ein komischer Aufkleber ist Versteh ich nicht Dann haben wir hier den Drago Der dabei ist Dann haben wir hier Kalkgerichtgestecker Also ein Stromkabel Das ist nicht der Trago Das ist der Verbindungsteil Das ist ja eher das Teil wo der Strom durchgeht Der Trago oder was auch immer Ist auch egal Hauptsache der Strom kommt durch Ist einfach runtergefallen Und was war es denn der Anleitung Während der Scheiß funktioniert Fernbiegung Da kann man das schön in Farben steuern Sehr geil Dann habe ich mir Dann habe ich mir Hier drin 5 Meter LED 5 Meter LED 5 Meter LED Die 5 Meter haben 600 Lichter dran Äh nicht 600 300 300 Lichter 300 Lichter Und die kann man dann an bestimmten Stelle abschneiden Da wo so eine Schere Symbol ist Und dann kann man die ran machen Und die will ich Und dann an bestimmten Stelle abschneiden Ich brauche nämlich nur 3 Meter Und Und Ich will Damit Ja Hört genau zu Leute Die will ich unter meinen Regalen machen Die 3 Egalbrille ich euch gezeigt habe Die will ich dann da unter machen Dann kann man schauen Ich habe schon Beleuchtung da unter Sieht geil aus Ich darf schon geil aussehen Richtig Gerne 300 Dinger Also Richtig geil werde ich mir die machen Und dann sieht Dann sieht das da alles richtig geil aus Ich hoffe funktioniert auch alles so wieder So Darauf freue ich mich schon Wenn das endlich leuchtet Kann man hier schon mehr streuen Kann man hier verschiedene Modus machen Hier drauf Wie ich hier den Modus einstellen Wie das Wie das leuchten soll Farben Ich fand So was richtig 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 schlicke Ich habe mir das schön an der Wand So an der Wand Ich meine an der Wand So an der Brett Und da ist das Brett Was ich da oben mache Ich habe da bereits gezeigt Schon Im letzten oder vor dem Video Und 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 Ich habe eine schöne LED Da unter Ich wollte euch nur mal zeigen Hier ist schon eine LED Hier ist schon eine LED Leiste Und jetzt heißt es nur noch Es werde Licht LEDs Und Und Hau rein Bis denn Und Schaui Ich werde beabschieden Wann ich Wann ich das ran Wenn das kommt Nächste Woche kommt es ran Nächste Woche Samstag Auf Da habe ich Zeit Und dann mache ich es jetzt ran Ich mache es jetzt ran Überschreien gemacht Die Bretter und das zusammen Mhm Ich fahre jetzt immer wieder rein Und dann Kann ich nur noch Eins sagen Schaui Beim nächsten Mal auch wieder rein Und Auf Wiedersehen Schaui Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal SURLADE Bir Tschüss